Zweites Türchen Frank Hohwald, Wunderrat Und wieder ist die Zeit, da der Wunderrat zusammentritt, mittendrin im geläufigen Geschick, mittendrin in den Geschehnissen, über die niemand sich mehr wundert. Die Wunder sind aus, wird gerufen. Wir haben auch keine Tüten mehr dafür. Was wir haben, das sind Bratäpfel und Zuckerwatte, rotes Schleifenband, Kilometer lang, das haben wir. Und kleine Lichter, wie wir es selbst mal ehrlich doch sind. Was wir haben, sind die behaglichen, zumutbaren Wünsche voll froher Erwartung. Aber doch keine Wunder. Wen wundert's? Doch dann ist wieder die Zeit, da der Wunderrat zusammentritt, mittendrin im besinnlichen Geschehen. Sozusagen auch mittendrin in mir wird er zusammengerufen, der Wunderrat. Aus Herz und Seele, Verstand und Träumen tritt er zusammen, dieser Tage. Man hat sich lange nicht gesehen. Jeder war so lang auf sich allein gestellt. Da glaubt man es schließlich, dass die Wunder aus sind. Aber nun ist es wieder anders. Der Wunderrat nimmt seine Arbeit auf. Mittendrin beginnt das Wundern neu und weitet sich aus zum Staunen und nimmt alles ein. Mittendrin. Und am Ende ist alles erleuchtet. Und am Ende ist alles erleuchtet. по gehören sie zu einem neuen Weg nach. Alles erleuchtet. Und am Ende ist alles auberen, der Wunderrat ist ein. Und am Ende ist das. Und am Ende ist das. Und am Ende ist die Wunderrat. Und am Ende ist es am Ende ist das. Wir sind am Ende ist etwas.